Ist jemand verletzt? Nur ein paar Kratzer. Nichts Schlimmes. Ist schon gut. Alles okay? Kann ich dir irgendwie helfen? Ist das ihr Ernst? Sorry. Versuch etwas zu schlafen. Hier bist du sicher. Versprochen. Ich fühle mich hier aber nicht sicher. Schon gut. Versuch etwas zu schlafen. Hat sie irgendwas gesagt? Irgendwas, das uns helfen könnte, sie zu finden? Ich denke, ich weiß, wo wir sie finden. Warte hier. Nein. Kein Mux. Halt die Türen geschlossen und den Kopf unten. Ich bin gleich zurück. Sie lassen mich hier alleine? Ich bin nicht weit weg. Warte hier. Hier bist du sicher. Und stell bitte nichts an. Du hast du siehst. Ich bin nicht in meinen Schmutz, sie sind die Stil. Und stell dich mit mein Schmutz geschlossen. Ich bin nicht ausgestattet. Ich bin nicht ausgestattet. Ich bin dein Schmutz. Und ich bin nicht ausgestattet. Ich bin nicht ausgestattet. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hilf mir! Nein! Er liebte dich nicht. Du dientest nur dem Ersatz deiner Mutter. Willst du das wirklich? Oder wirst du mir helfen? Gemeinsam vernichten wir Lucien und befreien deine Mutter. Nein! Du hast ihn getötet. Und mein Leben zerstört. Du hast ihn getötet. Du wirst du hier noch, produits zu robust werden. Du hast ihn getötet. Du hast ihn getötet. Du hast ihn getötet! Du bist es, Erika. Du warst es immer. Sie erzählte mir von der Zukunft. Wundervolle Dinge, die nur sie sehen konnte. Ich erzählte ihr von der Vergangenheit. Von einer großen Priesterin mit Schmetterlingsmalen. Was hast du mit mir gemacht? Wie komme ich hierher? Hiermit. Dein Vater schuf es. Atme es ein und du tust, was ich sage. Oder ich kann dich jemanden töten lassen. Oder wenn ich möchte, schneidest du dir die Kehle durch. Das war's. 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 Was es dir wohl angetan hat? Mein Hindernat. Hast du verdient? Ja. Das tue ich. Aber deine Freunde sind unschuldig. Und deine Mutter auch. Deine Mutter hatte genau dieses Mal. Deshalb wollte dein Vater sie haben. Und deshalb wollen sie auch dich. Eine Frau, die in den Flammen die Zukunft sehen kann. Dass du kannst du nicht mehr in die Welt träumen. Ja? Untertitelung des ZDF, 2020